Tom Selleck, Steve Guttenberg, Ted Danson, Jack, oh Angela, wie siehst du denn aus, was ist passiert? Ich bin angezogen. Da hast du recht. Drei sehr attraktive Männer sind ganz wild darauf, entsprechend perfekte Frauen kennenzulernen. So viele Frauen und so wenig Zeit. Aber jetzt werden sie endlich das Mädchen finden, das sie alle drei umhauen wird. Das ist ein Baby. Es ist ein Baby. Ja sicher ist das ein Baby. Ist das dein Baby? Nein, das ist nicht mein Baby, das ist Jacks Baby. Das Kind sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Ich hab mehr Haare. Mal sehen, wie ihr tollen Burschen damit fertig werdet. Ich war in drei verschiedenen Läden für vier unterschiedliche Sorten Babynahrung. Zwei verschiedene Windelmarken, Fläschchen, Handtücher und Nucke. Merken Sie nicht, dass Sie ein Häufchen gemacht haben? Ein Häufchen? Ein Häufchen. Ja, ein Häufchen. Wir kommen nicht mehr zur Arbeit und auch nicht zum Schlafen. Und das macht sie pausenlos. Ich baue Hochhäuser mit 50 Stockwerken. Ich entwerfe die Städte der Zukunft. Also komme ich doch wohl mit einer Windel klar. Zum Teufel nochmal, kann mir mal jemand sagen, was hier eigentlich los ist? Dreimal darfst du raten. Sind die drei denn immer so merkwürdig? Ja, seit sie sich mit dieser anderen Frau eingelassen haben. Touchstone Pictures zeigt drei durchaus intelligente Männer und ein kleines Mädchen. Harte, was willst du tun? Die drei Freunde stellen etwas Entscheidendes fest. Viel schlimmer als sie aufzuziehen... Oh nein, nein, bitte nicht auf die Seitenlagen. ...wäre es sie zu verlieren. Wir sind jetzt Ihre Familie. Soll ich Ihnen mal was sagen? Das erste Mal, wenn Sie Daddy zu Ihnen sagt, ist alles aus. Sie schmelzen dahin. Können Sie denn nicht etwas schneller fahren? Touchstone Pictures zeigt eine turbulente Komödie über drei eingefleischte Junggesellen und die einzige Frau auf der Welt, ohne die sie nicht leben können. Gute Nacht, mein Schatz, nun wird es Zeit für dich. Du, 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 ich geh nicht gern, aber es muss jetzt sein. Gute Nacht, mein Schatz, und du schläfst jetzt ein. Noch drei Männer, noch ein Baby. Sie hat gerade ein Häufchen gemacht. Du bist dran mit der Windel. Ich gebe dir tausend Dollar, wenn du es machst.